Hallo Lovey Soul, herzlich willkommen bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, wieder beim nächsten Pick a Card, diesmal mit dem Thema wertvolle Impulse für dich und ich habe dir wieder drei Stapel vorbereitet. Bitte hör auf deine Intuition, wähle einen oder mehrere Stapel aus und wir beginnen auch direkt jetzt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Du hast ja heute das Thema wertvolle Impulse für dich und wir schauen direkt in das Liebesorakel, was da für eine Botschaft ist, wow. Du hast Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Ich schaue jetzt aber erstmal noch in deine weiteren Botschaften und dann gehen wir darauf ein. Dann hast du vier des Winters. Lege deine Bedenken für den Augenblick beiseite. Du kannst später eine Entscheidung treffen. Lösung durch Meditation, Bedürfnis nach mehr Schlaf oder Urlaub. Dann hast du die Venus mit dem Geben und Nehmen der Liebe und dass du den Wert in allem finden sollst, also auch in dir und die Schönheit in dir und im Außen wahrnehmen sollst. Dann hast du den Hund mit der Nummer 25. Ansichtlich hat die 25 für dich auch eine besondere Bedeutung. Bewahre die Treue. So. Andere Karten schauen wir uns gleich an. Lieber Stapel 1. Fange dein Wohlschaften an. Also, was hast du für wertvolle Impulse? Bei dir geht es gerade darum, dass du in die Stille finden sollst und vielleicht kannst du ja jetzt auch, also machst du gerade Urlaub oder kannst bald Urlaub machen, weil es hier wirklich darum geht, dass du irgendwie das Gefühl hast, ausgelaugt zu sein und dich müde zu fühlen. Vielleicht hast du auch, ja, eine leichte Erkältung oder merkst einfach, dass es dir körperlich vielleicht nicht so gut geht oder du hast gerade eine schwierige Situation oder irgendwas, worüber du dir Gedanken machst und es geht wirklich darum, dass es dir jetzt hilft, wenn du irgendeine Herausforderung hast, irgendetwas, was dir Sorgen bereitet, dass du wirklich in die Ruhe findest, dass du Meditationen am besten machst, dass du auch wirklich dir viel Schlaf gönnst und Ruhephasen und jetzt vor allen Dingen jetzt am Wochenende halt auch wirklich mal zur Ruhe kommst und ja, auch wirklich mal Dinge tust, die dir gut tun und nicht nur genügend schlafen, sondern vielleicht auch, dass du ein schönes Bad nimmst oder dass du zur Massage gehst oder halt Sport machst, der dir gut tut, spazieren gehst, also was auch immer es ist, wodurch du dich körperlich besser fühlst oder halt auch psychisch besser, mach es bitte und gib dir da deine Me-Time. Was nämlich auf dich wartet, ist etwas, was noch passieren wird, was wirklich dein Herz nämlich vor Freude zum Singen bringt und das kann jetzt für dich wirklich, ja, ein neuer Partner sein oder halt auch in einer bestehenden Verbindung, dass da wieder eine schöne Zeit auf euch wartet, wo die Leidenschaft wieder so mehr entfacht oder ihr auch einfach schöne Sachen zusammen macht und ihr einfach die Zeit zusammen genießt. Das kann aber auch sein, also mit der Venus auch, dass es die Liebesenergie ist. Es hat aber auch hier was damit zu tun, mit deiner Selbstliebe und damit, dass du halt jetzt auch wirklich für dich in deiner Freizeit auch Dinge suchen sollst, also oder auch machen sollst, wobei du Spaß empfindest, wobei du Freude empfindest und das bringt halt auch dein Herzchakra, ja, zum Leuchten und dass sich Blockaden in deinem Herzchakra öffnen können und das ist natürlich bei vielen auch damit dann verbunden, ist deine Selbstliebe gut und deine Selbstfürsorge und tust du Dinge und gestaltest dein Leben so, dass du dein eigenes Leben liebst. Also ich kriege hier auch rein, Romantisierung deines eigenen Lebens, weil das dein Herz aufgeht oder du Leidenschaft empfindest, das sollte man halt auch entkoppeln, dass das nur innerhalb einer romantischen Beziehung funktioniert, sondern du bist selber dafür verantwortlich und kannst ganz viele andere Dinge tun, kannst deinen Alltag romantisieren für dich alleine, dafür brauchst du überhaupt gar keinen Partner und das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen, das kannst du machen während des Essens, dass du für dich was ganz Tolles kochst oder dir, ja, vielleicht auch ein wunderschönes Frühstück zubereitest, wo du einfach das Gefühl hast, ja, ich tue mir hier gerade was Gutes, ein, ja, du kannst ja zum Beispiel auch baden gehen und das kann ein romantisches Erlebnis sein, weil du dir Kerzen anmachst oder Rosenblätter ins Wasser mit hinzutust oder dass du dir halt auch Heilfrequenzen anhörst, also Venusfrequenzen kann ich dir hier auch extrem empfehlen und dass du so halt auch in diese Liebesenergie kommst oder dich selber einfach um dich und deinen Körper kümmerst, dass du dich um deine Schönheit kümmerst, dass du dich schick anziehst oder dich schminkst, also was auch immer es jetzt für jeden anderen ist, was dich da dazu bringt, dein eigenes Leben zu romantisieren oder ob du abends zum Beispiel ganz viele Kerzen in deinem Zuhause anmachst und so das Gefühl hast von Romantik und Leidenschaft und dass dein Herz dabei aufgeht. Das ist für jeden Jahr, hast du, also andere Bedürfnisse, aber darum geht es jetzt, dass dir das richtig gut tun wird, wenn du halt jetzt in diese Venusenergie oder in die Aphroditeenergie zum Beispiel gehst und dich wirklich um dich kümmerst, auch immer mehr erkennst, wie wertvoll du bist, wie liebevoll du bist und dass du auch einfach Liebe verdient hast, dass du es verdient hast, gut behandelt zu werden und mit dem Hund bekomme ich auch zwei Sachen rein. Einmal, vielleicht hast du ja auch einen Hund oder der Hund ist dein Krafttier und natürlich kannst du dann ja auch viel Zeit mit deinem Hund verbringen, wenn das ja auch dein Hobby ist und dir totalen Spaß macht und du halt da ja auch diese bedingungslose Liebe fühlst. Das ist für die Hundeliebhaber hier, für andere ist es aber auch, dass es jetzt darum geht, dir treu gegenüber dir selbst zu sein und zwar in Form von deiner Selbstliebe und deinem Selbstwert und dass du dich halt gut um dich kümmerst, dass du deine Werte lebst, dass du deinen Prinzipien treu bist und dich auch von Menschen und Umständen distanzierst, die halt, ja, wo du dich selber verraten musst, weil du mit denen sonst nicht funktionierst. Also es ist ja ganz oft auch in Jobs so, dass man dann sein wahres Ich nicht zeigt, weil da eine andere Unternehmenskultur zum Beispiel herrscht, die nicht zu einem passt und das gibt es ja genauso im privaten Bereich, dass es da Menschen geben kann, die einfach so anders sind als du und so ein anderes Wertesystem haben, warum du nicht du sein kannst. Und ich bekomme ja aber rein, dass du auf jeden Fall einen Mensch oder mehrere in deinem Leben hast, mit denen du wirklich eine ganz tolle Verbindung hast, ob das eine Freundschaft ist oder wirklich dein eigener Liebespartner oder Familienmitglieder, wo jemand wirklich dir gegenüber loyal ist und er oder sie dich dafür liebt, wer du wirklich bist. Und darauf, ja, darfst du dich halt auch einfach konzentrieren, auf diese Arten von Verbindungen, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo beide ihr wahres Ich leben können. Und für andere ist das ja auch wirklich das Indiz. Also bist du Single und bist auf der Suche, dass so ein Mensch in dein Leben tritt und dass das dein nächster romantischer Partner, Partnerin wird. Schauen wir in deine weiteren Karten. Du hast noch die Göttin Danu mit der Nummer 10 und der Gewissheit. Und da geht es auch nochmal um dein Selbstbewusstsein und dein Vertrauen auch, dass es mal gut für dich ist, eine Pause zu machen, dich um dich zu kümmern und du die Gewissheit in dir trägst, dass schon alles gut werden wird und dass, wenn du jetzt ein Problem hast oder eine Entscheidung treffen musst, dass du schon die richtige Entscheidung treffen wirst, aber eben in Ruhe, nachdem du dir Zeit genommen hast, indem du vielleicht auch reflektiert hast, indem du wirklich Selfcare betrieben hast, weil dann bist du in einer ganz anderen Frequenz, in einer ganz anderen Stimmung und kannst dann auch wirklich dieses gegenseitige Geben und Nehmen heran, also in dein Leben manifestieren. Und das ist halt für die einen von euch wirklich jetzt auch im romantischen Sinne, für andere sind das auch Freundschaften und für andere bekomme ich rein, dass das eine berufliche Situation ist, wo sich gerade was verändern soll, weil du gerade in einer beruflichen Situation bist, die dich nicht glücklich macht, wo du dich nicht wohlfühlst und wo du dir das wünschst, dass man deinen Wert sieht, dass man dich sieht, dass du so sein kannst, wie du bist und das kannst du irgendwie gerade in der aktuellen Jobsituation nicht ausleben und du sollst halt die Gewissheit haben und dieses Selbstvertrauen, dass in der Zukunft aber etwas kommt, wo du viel authentischer sein kannst und wo dein Herz auch wirklich dabei ist, also für manche auch wirklich beruflich, dass das ein neuer Job ist, wo euer Herz auch wirklich dabei ist, wo ihr Herzensprojekte durchführen könnt, wo ihr eine Tätigkeit ausübt, wo ihr auch erfüllt seid. Schauen wir weiter, lieber Stapel 1. Wow, dann hast du noch Engel Avalons, du bist Licht von Licht. Und darum geht es halt, dich daran ja zu erinnern, dass du eben Licht und Liebe bist und dass du wirklich dich in diese Liebesenergie, also ich bekomme das hier irgendwie immer und immer mehr rein, du sollst dich halt mit der Liebesenergie verknüpfen, also auch mehr mit deiner weiblichen Seite und das bedeutet eben auch nicht immer aktiv zu sein, sondern eben auch mal dich zurückzunehmen, in den Empfangsmodus zu gehen, weil ich bekomme ja auch rein für viele von euch, ihr seid immer Macher, ihr seid eher in der Young-Energie, also in der männlichen Energie und ihr wollt immer, ja, alles dann tun und machen und wieder, ja, ihr gebt eher, also auch hier Thema Empath, dass du mehr die gebende Kraft bist, als dass du annehmen kannst. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt in einigen Situationen, dass du in gewissen Situationen etwas nicht annehmen kannst, gut. Also für manche ist es halt auch wirklich Komplimente, dass du vielleicht damit ein Problem hast oder eben auch in deinen Beziehungen, dass du auch in der Vergangenheit reflektierst, dass du irgendwie in Beziehungen oder auch im Job oder in Freundschaften oder in Liebespartnerschaften, das kann jetzt in allen Bereichen sein, für den einen oder anderen ist das aber auch, dass es nur in einem Bereich so ist, dass du immer mehr gegeben hast, als du bekommen hast. Aber da liegt halt das Grundproblem da drin, weil du nicht annehmen möchtest, weil da irgendwo dann auch ein Selbstwertproblem ist, dass du irgendwie versteckt, also es muss dir nicht bewusst sein, es kann auch unbewusst sein, dass du glaubst, es nicht verdient zu haben, dass andere Menschen dir ganz viel geben oder dir auch etwas schenken. Und das äußert sich dann natürlich auch auf den Geldangelegenheiten, also zum Beispiel auch Thema Gehalt, dass man kein gutes Gehalt bekommt oder wirklich auch in privaten Beziehungen, dass du reflektierst, dass du immer mehr gegeben hast in den Verbindungen, als du zurückbekommen hast. Und das möchte halt jetzt verändert werden. Du sollst mehr deinen eigenen Wert erkennen und deine eigene Schönheit und eben dir auch gestatten und dir erlauben, dass du es wert bist und dass du es verdient hast, Liebe und auch Leidenschaft zu leben. Schauen wir weiter. Ja, dann hast du hier noch mit dem Kristall die Intention. Und da geht es auch darum, also ich bekomme ja auch rein, du solltest mit Kristallen arbeiten, wenn du es eh nicht schon tust, weil das deine Heilung auf jeden Fall positiv bestärken wird. Also recherchier da gerne, was es alles für wundervolle Heilsteine und Kristalle halt gibt, ob du da irgendwo mit in Resonanz gehst. und es wäre halt auf jeden Fall gut, wenn du dann welche dir davon kaufen würdest und die auch vielleicht bei dir tragen würdest oder halt auf jeden Fall auch in der Wohnung liegen hast und dich mit denen vielleicht auch meditierst, wenn du das fühlst. Das ist halt sehr kraftvoll. Und da du halt hier auch die Venus-Energie und diese Liebes-Energie hast, kommt hier halt auf jeden Fall als erstes auch schon rein der Amethyst. Also wenn du da jetzt eh etwas in dir auslöst mit dem Amethyst, dann kauf dir einen und meditier mit dem. Schau mir weiter. Dann geht es bei dir darum, dass du deine Stimme erhebst und teilst. Es geht wirklich darum, dass du jetzt rauskommst aus deiner Komfortzone oder aus deinem Käfig und dass es zeitwürdig auszudrücken. Und das ist nämlich auch so dieses, dass du irgendwie, ja auch irgendwie mit der Leidenschaft kriege ich das rein und mit der Liebe, dass du irgendwie nicht so dein authentisches Ich gelebt hast, dass du vielleicht auch Liebesbeziehungen in der Vergangenheit hattest, wo du immer das Gefühl hast, ich kann nicht wirklich so sein, wie ich bin, weil mein Partner, meine Partnerin sind so anders und für manche ist es auch wirklich in Bezug auf eure Spiritualität und eure Persönlichkeitsentwicklung, dass da irgendwie der Partner ja gar nichts mit zu tun hat, das überhaupt nicht verstanden hat, es vielleicht toleriert hat, aber einfach nicht selbst in dem Thema war, nicht selbst für seine oder ihre spirituelle Weiterentwicklung getan hat. Und das darfst du halt jetzt auch lernen, dass es Zeit wird, zu dir zu stehen, wer du wirklich bist und auch darüber zu sprechen und halt auch Menschen, die damit nichts anfangen können, auch einfach dich davon zu distanzieren, weil du spielst ja dann vor solchen Menschen immer jemand, der du gar nicht bist oder du versteckst ganz große Teile deiner Persönlichkeit und es macht einfach keinen Sinn, weil das nichts mit Selbstliebe zu tun hat. Den eigenen Charakter oder die eigene Meinung oder Denkweise, die man hat zu verstecken, nur weil man weiß, dass man mit anderen anecken wird, weil sie nicht verstehen, was man sagt oder weil sie sogar noch ablehnen, was man sagt. Also das ist ja das eine, dass jemand etwas nicht versteht, aber das andere ist ja, dass man natürlich bei manchen sogar dann Ablehnung spürt, weil das so gegen deren Meinung geht und das darfst du loslassen und es geht jetzt wirklich auch darum, für manche von euch auch hier euren spirituellen Weg wirklich offen zu gehen, wenn ihr eine Online-Plattform habt, das auch wirklich zu teilen, euer Wissen zu teilen, eure Ansichten zu teilen und einfach auch anderen die Möglichkeit zu geben, von euren Erfahrungen auch zu lernen, also auch als Vorbild dann da zu dienen und euer Wissen halt zu verbreiten und euren Weg und eure Talente und Fähigkeiten. Wow, und dann hast du noch das innere Kind, dass es jetzt wirklich Zeit wird, dass du wieder verspielt bist, dass du dich um dein inneres Kind kümmerst und ja, dass du wirklich Spaß hast und vielleicht auch mal Sachen machst, die ja, wo vielleicht der vernünftige Verstand sagt, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so das, was du als Erwachsener jetzt unbedingt tun solltest, aber manchmal braucht man es so ausgelassen auch mal zu sein und ja, du solltest dich auf jeden Fall mehr um dein inneres Kind kümmern. Ich empfehle dieses Buch immer sehr gerne, deshalb mache ich es hier auch noch einmal, Das innere Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das habe ich selber auch gelesen und ich kann es nur jedem empfehlen, um da eben nochmal so negative Glaubenssätze zu entlarven und wirklich mehr für das innere Kind zu tun und auch das Buch ist halt auf jeden Fall schon eine Heilung, also schon alleine beim Lesen und was einem da alles klar wird, passiert schon eine Heilung des inneren Kindes. Was aber natürlich auch zu einer Heilung des inneren Kindes führt, ist nun mal das, was ich vorher schon gesagt hatte, dass du dich um dich kümmern sollst und Dinge tun sollst, die dir wirklich Spaß machen, was auch immer das ist, damit einfach du wegkommst aus dem Verstand und immer aus der Verpflichtung, aus dem Erwachsenensein, was man alles tun muss und was man alles für Aufgaben hat und halt wirklich wieder in diese verspielte Energie zu kommen und für manche von euch sind da natürlich Kinder auch ein Thema, dass ihr vielleicht auch mehr mit euren Kindern einfach Zeit verbringt, weil das sind ja auch die besten Vorbilder oder eben auch mit euren Haustieren oder mit eurem Hund und eben auch mit anderen Menschen, also auch erwachsenen Menschen, mit denen ihr Spaß haben könnt und wo ihr unbeschwert sein könnt. So, jetzt schauen wir noch in das Tarot. Legen wir noch, ah ja, ich wollte zwei Karten und zwei Karten fallen schon raus. Was haben wir noch für eine extra Message für Stapel Nummer 1? So, und ihr habt die Vier der Kelche und den Ritter der Münzen. Und das ist nämlich jetzt genau diese Energie mit den Vier der Kelchen, wo ihr wirklich raus dürft. Das ist nämlich dieses, den Spaß nicht mehr sehen, sich müde und erschöpft fühlen, sich irgendwie, ja, zu viele Verpflichtungen zu haben und irgendwie wirklich das Leben, keine Lebensfreude mehr so richtig zu haben. Und obwohl dieser Kelche mit dem riesigen Stern, der wird euch angeboten vom Universum, aber ihr seht ihn nicht mehr. Ihr nehmt ihn nicht wahr, weil euer Fokus auf eurer Erschöpfung liegt, auf euren Sorgen liegt und es gilt jetzt wirklich aber diesen Kelch mit diesem Stern zu fokussieren und mal die Sorgen beiseite zu legen und eine Entscheidung vielleicht auch mal zu vertagen und wirklich mal Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Und mit dem Ritter der Münzen ist es nämlich auch das Versprechen, dass die Lösung schon kommt, aber eben mit ein bisschen Geduld, mit Vertrauen darauf, dass ihr die Lösung findet oder das Ziel, was ihr habt oder den Wunsch, den ihr habt, dass ihr den erreichen werdet, aber eben mit Geduld und einfach wirklich auch mit Vertrauen. und für manche kann das bei euch jetzt aber auch wirklich ein neuer Freund oder ein neuer Liebespartner oder Partnerin sein. Das ist jetzt egal, es ist zwar ein Ritter, also für viele von euch ist es auch bestimmt ein Mann, aber es kann auch eine Frau sein und dann ist es ein Erdzeichen, also oft eine Jungfrau, ein Stier oder ein Steinbock, der diese Qualitäten von dem Ritter der Münzen repräsentiert und das ist ein Mensch, auf den ihr euch oder die ihr euch verlassen könnt, die nämlich, also diese Person ist auch sehr zielstrebig, die verfolgt ihre Ziele, ist strukturiert, ordentlich auch oft und oft auch sehr sportlich und auch gesundheitsbewusst und ist auch wichtig auf jeden Fall, dass die Ernährung irgendwie auch wichtig ist oder die eigene Fitness ist sehr wichtig und ihr könnt vielleicht auch nochmal, wenn das etwas ist, was euch nicht selber repräsentiert, dass ihr so seid und ihr so einen Menschen kennenlernt, könnt ihr von diesen Menschen auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit und Klarheit, Struktur und Ordnung lernen. Lieber Stapel 1, ich hoffe, die Botschaft hat dir gefallen, ich freue mich über dein Like, dein Abo und deinen Kommentar. Wenn du meiner Mitgliedschaft beitreten möchtest, Star Souls, dann klick auf den Mitglied werden Button und sonst wünsche ich dir ganz viel Love in Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Heute haben wir das Thema wertvolle Impulse für dich und wir fangen auch direkt mit deinen Botschaften an. Du hast die Nummer 34, vielleicht bist du 34, oder die 34 hat eine besondere Bedeutung. Was ich auch gerade reinbekommen, schreib mir das gerne in den Kommentar, dass jemand am dritten, vierten Geburtstag hat oder am dritten, vierten ein besonderes Datum für eine Person hier ist. Du hast Wundern sind keine Grenzen gesetzt und auch mit diesen wunderschönen Blumen, ich bekomme hier irgendwie auch Blumenwiese rein, dass du auch so gerne im Sommer wirklich auch so bunte Blumensträuße magst. Das ist auch für den einen oder anderen hier eine Botschaft. Aber wir schauen jetzt erst mal weiter in deine anderen Botschaften. Du hast das dritte Haus mit dem Lernen. Da geht es auch um wirklich Beziehungen aus deiner Kindheit. Das steht auch für Geschwister und es geht um deinen Verstand und um die Kommunikation. Das Haus steht auch sonst noch für Nachbarschaft und auch für kleine Reisen kann das stehen und auch für Verkehrsmittel, also auch für Autos zum Beispiel, kann das dritte Haus in der Astrologie auch stehen. Dann hast du die Elf, vielleicht bist du auch die Meisterzahl Elf, mit der inneren Kraft. Die nötige Gnade und innere Kraft, um Herausforderungen zu meistern, die Macht von Freundlichkeit und Vergebung. Es ist an der Zeit anzuerkennen, wie wundervoll du bist. Wow. Bei dir sind zwei Karten rausgefallen, deshalb die bekommst du auch noch. Der Magier mit der Nummer 1, vielleicht ist das auch deine Lebenszahl. Du kannst alles tun, was du tun willst. Nimm die Kontrolle über dein Leben an. Du kannst alles manifestieren, was du für deinen Erfolg brauchst. Wow. Okay. Du hast ja hier richtig schöne Energie. Dann schauen wir noch die Göttin an. Du hast Shakti mit der Transformation und der 45. Vielleicht hat die auch noch eine Bedeutung oder du bist vielleicht auch 45. Die anderen Karten schauen wir uns gleich an. So, du hast einmal mit der Kuh. Geht es wirklich bei dir darum, also vielleicht ist die Kuh auch dein Krafttier, dann hat das ja auch noch eine Bedeutung, dass du wirklich, weil es ja auch mit dem Drittenhaus um deinen Verstand und um deine Kommunikation geht und deshalb, ja und dann auch noch mit dem Magier, also bei dir geht es darum, dass du jetzt wirklich mit Affirmationen arbeitest und da wirklich dir keine Grenzen mehr setzt. Also wirklich für dich, dir aufschreibst, was wünschst du dir für dein zukünftiges Leben, was hast du für Träume, was hast du für Wünsche, was hast du für Sehnsüchte, was hast du für Ziele und die aufschreibst und wirklich mal, ohne dass der Verstand wieder sagt, das ist ja alles nicht möglich und ach, war als ob das irgendwann passieren würde. Nein, einfach mal aufzuschreiben, was wünscht dir sich dein Herz. So und dann diese Affirmationen auch wirklich dir jeden Tag durchzulesen und laut vorzusagen und wirklich da reinzukommen, dass du dich darauf besinnst, dass du die Kraft dafür besitzt, dass du alles in dir trägst und dass du vielleicht auch wirklich eine Meisterzahl 11 bist, die das Leben so manifestieren kann, wie du es dir wünschst, weil das ist jetzt der Magier und in diese Energie darfst du jetzt kommen, dass du in deiner absoluten Schöpferkraft bist und dir alles manifestieren kannst, was du dir wünschst. Aber der Schlüssel dafür ist halt immer der Glaube da dran und den Verstand in seine Schranken zu weisen mit seinen Zweifeln und Ängsten und den eigentlich auch mundtot zu machen und wirklich aus deiner Intuition heraus, aus deiner Seele heraus, aus deinem Herzen heraus zu manifestieren mit dem tiefen Glauben daran, dass Wunder passieren können und dass du das Leben verdient hast, was du dir wünschst und dass du alles dafür wirklich besitzt, um dir diese Wünsche zu manifestieren. Und du bist nämlich gerade in einer sehr transformativen Energie, die dich nämlich jetzt in diese Magier-Energie bringt. Also das ist jetzt wirklich der neue wertvolle Impuls für dich, dir dieser Macht bewusst zu werden und Dinge aus der Vergangenheit, die dich blockieren. Und hier haben wir auch noch mal natürlich inneres Kind, Dinge aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend. Vielleicht kommen da auch noch mal Sachen hoch, wo du halt auch wirklich für dich analysieren darfst. Wow, warum habe ich da negative Glaubenssätze, die mich von meinen Träumen abhalten und die loszulassen? Darum geht es jetzt wirklich. Und da darfst du halt noch mal was lernen. Also vielleicht wird dir auch das eine oder andere gezeigt oder du reflektierst einfach über deine Vergangenheit und findest so halt auch Dinge raus. Ich hatte es eben schon bei Stapel 1 gesagt, wegen dem inneren Kind und weil du jetzt auch die Kindheit hast, hast, dass du das Buch Dein inneres Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Das ist ein sehr gutes Buch, um negative Glaubenssätze herauszufinden und das alles auch zu verstehen. Ich kann es dir nur empfehlen, falls du es nicht gelesen hast, dass du das liest, weil das wird dir helfen, in die positiven Glaubenssätze zu kommen und die negativen, ja, zu entlarven, um sie dann halt auflösen zu können. Schauen wir weiter. Du hast die Tafelrunde mit Du bist immer willkommen. Und das, wir haben ja hier auch nochmal den Hirsch und den Wolf und hier auch nochmal den Halbmond. Vielleicht hat das auch eine Bedeutung oder eins davon ist dein Krafttier. Wir haben aber auch hier jetzt die ganzen, also auch so schön mit einem Meerjungfrauen, Einhorn, ein Drachenengel. Also wenn das hier auch deine Spirits sind oder du eine Connection zu den Wesen hast, dann ist das hier auf jeden Fall auch deine Bestätigung oder wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du die auch nochmal die Bedeutung dieser Krafttiere oder dieser Wesen nachrecherchieren möchtest, dann immer gerne. Und es geht jetzt darum, hier deinen Platz in der Welt einzunehmen mit halt dieser Tafelrunde. Hier geht es wirklich ganz viel auch um deinen Selbstwert und um deine Magie, um deine Macht, um, dass du halt wirklich daran glaubst, deinen Platz an der Tafelrunde ja verdient zu haben, dass du wertvoll genug bist, um halt wirklich auch mit deinen Spirits, also vielleicht auch in der fünften Dimension, dass du halt auch erkennst, dass du da ein total machtvolles Wesen bist und deine Spirits wirklich wollen, dass du endlich in deine Macht kommst, aber Macht im guten Sinne, also dass du halt dieses Selbstvertrauen hast, diese Selbstliebe hast und endlich anfängst, deine Wünsche, die du hast, die sich bis heute nicht erfüllt haben, zu erfüllen. Und du solltest dich halt auf jeden Fall auch mit deinen Spirits connecten, also was auch immer du jetzt da mit dir in Resonanz geht, bitte sie auch um Hilfe, dir dabei zu helfen, Wunder in dein Leben zu ziehen und deine Herzenswünsche halt wirklich in die Realität zu ziehen, weil die sind da, also wir alle haben ein Supporter-Team und es geht ja auch darüber hinaus, jetzt nicht nur die Spirits in der 5D-Welt, sondern auch Menschen, die dir jetzt schon in deinem Leben begegnet sind, wo du merkst, das sind totale Unterstützer und die meinen es gut mit mir, die können dir ja auch hier helfen oder halt auch bei dem einen oder anderen von euch kommen da halt auch neue Menschen, weil ihr jetzt halt auch in einer neuen Energie seid und dadurch zieht ihr natürlich auch Menschen an, die genau in dieser Energie sind und wo ihr dann halt auch nochmal Unterstützung erfahrt von anderen. Ja, und der Schlüssel halt wirklich ist auch hier, dass du Vertrauen hast, dass deine Wünsche sich erfüllen, dass du diese Schöpferkraft hast, dass du die Macht hast, das zu manifestieren, aber natürlich mit Geduld und natürlich, das kennen wir ja alle, werden nicht alle Wünsche innerhalb eines Tages wahr und da bedarf es natürlich immer wieder das Vertrauen, dass halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort deine Wünsche wahr werden, aber nicht unbedingt dann, wenn der Verstand es halt möchte, weil der Verstand möchte es ja auch immer jetzt und da aber halt auch wirklich geduldig zu sein und Vertrauen zu haben, dass sie schon wahr werden zur richtigen Zeit. Ja, dann hast du nochmal die Hoffnung, dass Hoffnung immer da ist, auch wenn du sie nicht sehen kannst und es gilt halt für dich wirklich, in optimistischen Erwartungen zu sein, weil das helfen wird, eine negative Situation in eine gute zu verwandeln und auch hier mit dem Regenbogen, vielleicht gibst du auch Regenbögen oder du solltest darauf achten, wenn du deinen nächsten, also den nächsten Regenbogen siehst, was das für eine Situation ist, der hat dir nämlich irgendwas zu sagen und auch eine weiße Taube. Und da solltest du auch drauf achten als Zeichen und vor allen Dingen geht es bei dir darum, ja, in diese Hoffnung zu gehen, auch wenn jetzt irgendwas so ist, wie du dir es gerade nicht wünschst, nicht die Hoffnung zu verlieren, sondern wirklich in dieses Urvertrauen zu gehen, dem Universum zu vertrauen, dir selbst zu vertrauen, dass schon alles so werden wird und auch wenn wir herausfordernde Situationen durchmachen mit Abstand und wenn die Zeit vergangen ist, weiß man irgendwann, wofür die gut waren. Das kann manchmal viel länger dauern, manchmal ist es kürzer, aber meistens irgendwann versteht man es dann, wofür etwas gut war und selbst, wenn man es jetzt nicht bis ins Detail versteht, was es genau sein sollte, finde ich, hat man doch am Ende, irgendwann kommt man zu dem Schluss, ja, was hat meiner Entwicklung gedient und deshalb bin ich heute der Mensch, der ich heute bin und das ist gut so. Also, selbst wenn es nur das ist und du jetzt nicht sagen kannst, ah ja, die Situation hat jetzt wirklich zu dem Gedankengang geführt oder so oder zu dem Ergebnis, dann kannst du aber immer noch sagen, ich bin an einer Erfahrung gewachsen, ich bin jetzt, ich habe mehr Wissen oder ich würde jetzt in der Zukunft, würde ich anders reagieren. Also, es ist auf jeden Fall immer eine Erfahrung und eine Lehre dabei gewesen. Schauen wir weiter. Dann hast du noch einmal die Stärke, also, das ist eigentlich die gleiche Karte wie die, im Tarot mit der inneren Kraft und auf die darfst du dich besinnen. Du darfst dir einfach bewusst machen, was du für ein starkes Wesen bist, dich dafür selber feiern, was du alles im Leben schon erlebt hast, was du alles schon bestanden hast und erfahren hast und auch Herausforderungen, die ja jeder von uns hat, dass du einfach dich darauf besinnst, dass du das ja alles beschafft hast und du die Stärke besitzt, einfach auch weiter deine Träume umzusetzen, deine Ziele zu erreichen und dich halt auch wirklich zu transformieren und deshalb auch dein Leben in eine andere Energie zu bringen. Wow, und hier hast du noch mal die Transformation. Bei dir geht es gerade darum, dass sich wirklich was in deiner DNA verändert und du eine ganz tiefe Heilung gerade erfährst und auch das, ich meine, du hast das jetzt hier zweimal, ich sage es halt auch immer, ich lege die nicht extra hin, die Karten, ich mische die und das, was rausfällt, nehme ich und du hast jetzt hier wieder diese wunderschöne, synchronen Karten und es geht halt wirklich bei dir darum, dass du jetzt gerade vielleicht auch gar nicht genau verstehst, was da innerlich bei dir abgeht, weil manchmal ist das ja auch so, dass wir es nicht so richtig einordnen können, wir aber irgendwie merken, es verändert sich was in uns oder in unserem Leben und bei dir ist das wirklich so eine ganz tiefe Veränderung und Heilung, die da passieren soll, wo du nämlich aus der Vergangenheit, aus Dingen, die du in der Kindheit, Jugend erlebt hast, jetzt wirklich, ja, diese Energien sollen abgelöst werden, das sollst du hinter dir lassen, um jetzt in ein neues Leben zu treten und dafür ist diese Transformation wichtig, aber ein Transformationsprozess braucht halt auch seine Zeit, die er eben braucht und manchmal ist das eine schnellere Transformation und manchmal ist es eine langsamere, aber vertraue da einfach, dass es so lange braucht, wie es braucht und dass du dann Veränderungen auch siehst und du wirklich dich auf deine Ziele und auf das Gute konzentrieren sollst, also das ist auch nochmal eine Botschaft für einen von euch hier, ganz extrem, so hör auf an das Negativ, zu glauben, was alles passieren könnte, aus Unsicherheit, Ängsten und Zweifeln heraus und das ist ja auch die Aufgabe, raus aus der Vergangenheit, mit der Vergangenheit abschließen, es spielt keine Rolle mehr im Hier und Jetzt, was in der Vergangenheit war, es ist schön, dass deine Vergangenheit dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist, aber deine Vergangenheit sollte nie dein Begleiter sein, du hast jetzt nur den jetzigen Moment, um deine Zukunft zu gestalten und den jetzigen Moment solltest du nutzen und in der Vergangenheit zu hängen, ist eine Blockade, die dich nicht weiterbringt und das ist halt auch nochmal, für manche von euch habt ihr auch in eurem Geburtshoroskop den südlichen Mondknoten im dritten Haus und den nördlichen im neunten Haus. Also für die unter euch, die da sich auskennen, ist es nämlich eine große Lernaufgabe im Leben, diese Themen aus der Kindheit und aus dem Umfeld und Nachbarn und den Verstand wirklich loszulassen und größer zu denken, also wirklich euch zu befreien von euren eigenen limitierenden Glaubenssätzen und auch, da könnte eine Erfahrung auch auf euch warten, dass ihr irgendwann immer mehr vielleicht auch was mit dem Ausland zu tun habt, auch vielleicht viel reisen wollt, ihr aber vielleicht auch ein bisschen Angst vor Reisen oder weiten Reisen habt, aber genau das ist eure Komfortzone hier, aus der ihr raus müsst und wo ihr wirklich, wenn ihr euch mit anderen Kulturen oder auch mit früheren Epochen und mit Spiritualität, mit eurer Weltanschauung und euch wirklich mit so spirituellen Themen auch auseinandersetzt, das ist ein Teil eurer Seelenmission und ihr sollt halt auch ganz viel Wissen und euren Horizont erweitern und viele von euch machen das auch wirklich über Auslandsreisen oder auch Thema wirklich auszuwandern oder meine Zeit lang im Ausland gelebt zu haben oder wirklich lange Zeit auch eine große Reise gemacht zum Ummeerreisen zu machen, das ist ein Teil davon. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn das passt. Wow! Und jetzt habt ihr auch noch, dass ihr in die Herrscherinnen-Energie gehen dürft. Das ist halt wirklich, also da rein sollt ihr euch transformieren und das ist eure urweibliche Kraft. Das ist wirklich dieser Selbstwert pur, dass ihr wisst, was ihr wert seid, dass ihr in der Empfangsenergie seid. Also die Herrscherin ist die weibliche Kraft in dir, die ihre Träume erschafft, die das ins Leben zieht, die in Wohlstand lebt, die im Luxus lebt und was auch immer Luxus für dich bedeutet, die also auch eine Selbstständigkeit leben kann, sonst aber auch verbunden jetzt zum Beispiel, wenn es beruflich jetzt nicht ist oder in einer tollen Position beruflich ist, auch Mutter zu sein und dass sich das erfüllt. Also wenn du jemand bist, der Kinder hat oder sich Kinder wünscht, dann ist das auch, dass du da wirklich deine Mutterenergie lebst. Für die, die jetzt keine Kinder haben wollen, ist es einfach für dich selbst, dass du mit dir und mit anderen Verbindungen erschaffst, die wirklich deinen Selbstwert, deine Selbstliebe spiegeln. Du gehst mit dir liebevoll um und du suchst dir auch nur noch Menschen aus, die liebevoll mit dir umgehen. Egal, ob das jetzt eine romantische Verbindung ist oder in Freundschaften oder in Geschäftsbeziehungen, du bist in deiner absoluten weiblichen Urkraft, also in der Divine-Feminine-Energie und kümmerst dich wirklich um dich und kreierst dir ein Leben voller Fülle und in die Energie darfst du halt rein. Schauen wir uns noch eine Karte für dich an. Was haben wir noch für Stapel? Zwei. Wow! Okay. Und du hast die Liebenden. Ich wollte es eben schon sagen, weil für manche von euch ist ja auch das Thema Twin Flame, weil das halt auch die weibliche Twin Flame, also die Divine-Feminine, repräsentieren kann. Aber da ich nicht immer in Labels reden möchte, möchte ich jetzt auch für jeden anderen, der, der sich angesprochen fühlt oder diejenige, die in dieser Twin Flame Journey sind und das Konzept kennen, ja, dann ist das auch für dich nochmal ein Beweis, genau, du sollst zu dieser Herrscherin werden und es ist auch verbunden mit einer Liebesbeziehung wirklich, also einerseits wirklich, du sollst halt dich selber absolut bedingungslos lieben und diese bedingungslose Liebe für dich selber, dass du dir ein Leben auch aufbaust, was du liebst und wo du dich selbst liebst, spiegelt sich dann auch in deiner Partnerschaft. Also egal, jetzt für manche seid ihr vielleicht auch schon in dieser Partnerschaft und die wird nur immer und immer besser mit den Jahren und für andere ist es aber wirklich, dass ihr auch in der Zukunft jemand Neues kennenlernt mit dem oder der ihr, weil das ist jetzt auch geschlechterunabhängig, weil du trägst männliche wie weibliche Energie in dir, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, dass du dann mit diesenjenigen, auch Frau oder Mann, so eine Beziehung leben kannst, wo beide wirklich in ihrer Selbstliebe sind und fähig sind, auch deshalb bedingungslos jemanden anderem zu lieben, weil sie sich selber bedingungslos lieben und ihre Bedürfnisse sich selber halt erfüllen können, ihre Wünsche und der andere auch und dann ist diese Beziehung halt nur noch eine einzige Bereicherung, weil beide Menschen, die total stark sind und Magier sind und alles erschaffen können, was sie wollen, auch noch zusammen dann alles sich erschaffen können, was sie wollen und für andere aber gehen wir raus aus dem Label Twin Flame ist es der Seelenpartner, Soulmate, wie auch immer du das nennen möchtest, die wahre Liebe deines Lebens, genau. Lieber Stapel 2, du hast auf jeden Fall ja richtig wunderschöne Impulse bekommen. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen, ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar, wünsche dir ganz viel Love and Funlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen bei deinem Pickle Card. Ich freue mich, dass du hier bist, wünsche dir ganz viel Spaß. Diesmal zum Thema wertvolle Impulse für dich, schauen wir direkt in deine Botschaften. Du hast die Weisheit mit was hast du alles schon erzählt bekommen? Ja, was so hinter deinem Alter liegt, also ich bekomme hier so rein, dass du halt sehr weise für dein Alter bist und dass es jetzt wirklich Zeit wird, diese Weisheit auch anzuwenden, weil sie dir in einer Herausforderung helfen wird und ich bekomme hier auch rein, dass du vielleicht auch den Winter liebst oder im Winter geboren bist, dass du auch in Bezug zu Schneeäulen hast oder zu Eulen generell, also für die einen oder anderen kann das auch das Krafttier sein, aber für andere ist es auch einfach, dass du Eulen einfach eher beeindruckend findest und halt auch, dass du sehr mit der Natur verbunden bist und mit Wäldern und dass du auch Schnee liebst und es geht jetzt echt darum, deine Weisheit anzuwenden für etwas, für eine Situation. Schauen wir weiter. Du hast die Konjunktion und da geht es ja immer darum, dass etwas zusammenkommt und dass da ja eine Union entsteht und dass du halt vielleicht hast du im Horoskop, also in deinem Geburtshoroskop, auch eine besondere Konjunktion, vielleicht weißt du das oder sonst geht es halt jetzt darum, dass in Zukunft auf dich etwas wartet, also entweder ein anderer Mensch, den du kennenlernen sollst und wo du dich mit demjenigen verbindest, das kann privat wie beruflich sein oder eine Chance, die dir gezeigt wird oder für manche bekomme ich auch rein, dass du dir Persönlichkeitsanteile, also so Seelenanteile zurückholst und das Gefühl hast, also ganz zu sein. Also auf jeden Fall passiert da was Schönes. Wir gucken weiter. Du hast den Biber mit Schaffer eine solide Basis und der Nummer 4. Vielleicht hat die 4 eine besondere Bedeutung, vielleicht ist das deine Lebenszahl, vielleicht hast du auch am 4. Geburtstag, vielleicht hast du auch eine besondere Connection zu biebern, aber hier geht es ja um so eine Vereinigung und etwas, was dir eine Basis schafft und dir Stabilität gibt. Schauen wir weiter. Wow, dann hast du den Wagen mit der 7. Erfolg durch Hingabe und Selbstdisziplin. Feiere das bisher Erreichte im Rampenlicht stehen. Also bei dir wartet ein Erfolg. Der Wagen steht auch für einen Umzug, wenn es das ist, was du möchtest und dass du dich dadurch, also dass du ein neues Zuhause findest und durch das neue Zuhause dich ganz fühlst oder heiler fühlst, weil du irgendwie das Gefühl hast, deine Wohlfühloase gefunden zu haben. Für andere ist es auch wirklich, dass ein neues Auto in dein Leben kommt und sonst aber auch oft ist es ein neuer Job. Also wenn du auf Jobsuche bist und dich auch gerade irgendwie unsicher fühlst in der Jobsituation, in der du dich gerade befindest, dann kommt da auf jeden Fall eine Chance, ein Angebot, was solide ist und wo du wirklich dich gut bei fühlst, sicher und wo du wirklich auf dem Erfolgskurs bist. Also wo sich auch dadurch dein Leben verbessert. Also egal, ob es jetzt ein neues Zuhause ist oder ein neuer Job ist, für andere ist es auch eine neue Beziehung, weil dafür steht es auch und dass du dich in deiner jetzigen Beziehung irgendwie nicht ganz gefühlt hast, nicht irgendwie verstanden gefühlt hast und du irgendwie da unsicher jetzt warst und gerade entweder du dich gerade getrennt hast oder gerade dabei bist, dich zu trennen und halt wirklich gerade ja in dieser Energie des Wagen bist, dass du dich auf was Neues freust, also einen kompletten Lebensabschnitt hinter dir lässt und einen gewissen Menschen hinter dir lässt und wirklich jetzt dabei bist, dich wegzubewegen oder vielleicht bist du auch gerade schon umgezogen und dein neues Leben beginnt da halt schon. Schauen wir weiter. Wow, dann hast du die Reha mit im Fluss unter 43 und das ist nämlich jetzt das. Also irgendwie habe ich hier vorher das Gefühl, dass dein Leben irgendwie stagniert ist, dass du das Gefühl lange hattest, dass da nicht viel passiert und du jetzt aber merkst, wow, hier passiert gerade ganz viel oder in Zukunft ganz viel, weil du jetzt, du hast was hinter dir gelassen, also diese starre Energie und bist jetzt im Lebensflow. Du bist jetzt echt im Fluss und auch mit diesem Wagen, also für manche ist es vielleicht, dass du das äußerlich noch nichts Großartiges passiert ist, sondern das innerlich gerade alles bei dir passiert und es im Außen jetzt kurz davor ist zu passieren. Bei anderen ist es aber, ihr seid schon mitten in dem Prozess drin und ihr habt schon die ersten Dinge verändert und seid schon mitten in diesem Fluss und wisst ganz genau, ihr habt jetzt ja einen Dominostein im Endeffekt ins Rollen gebracht und die anderen kippen jetzt alle nach, also nach der Reihe nach im Endeffekt um und ihr wisst, dass jetzt noch ganz viel weiteres passieren wird und auf euch warten wird. Dann hast du noch den lichtvollen Schutz. Die Energie des Schutzes berührt dein Sein. Oh, ich liebe diese Karte. Jetzt hast du hier nochmal den Wald. Für manche von euch ist es auch wirklich, dass ihr mit Pferden connected oder mit weißen Einhörnern oder mit dem weißen Hirsch. Hier gibt es auch noch meine Fee, also hier sind mehrere Fee oder ein Schmetterling. Dass das alles ja Symbole für dich sind, die wichtig sind. Deshalb achte bitte jetzt auch in Zukunft darauf, wenn du eines dieser Tiere siehst. Das hat eine Botschaft für dich und vor allen Dingen darfst du dir jetzt sicher sein und das ist ja oft so, wenn wir in so einer großen Umbruchsphase im Leben sind, dass wir dann manchmal das echt mit der Angst zu tun bekommen, weil irgendwie alles gefühlt auseinander bricht und alles irgendwie ja nur noch neu ist und ungewiss und wir ins Unbekannte irgendwie auch fahren mit dem Wagen. Und es geht wirklich darum, dass wenn du diese Momente hast, wo du dich unsicher fühlst oder ja, wo du Angst irgendwie auch ein bisschen vor dem Neuen hast oder Respekt vor dem Neuen, dass du dir immer sicher sein darfst, du bist beschützt, du bist nicht alleine und die geistige Welt, die ist bei dir und mach vielleicht auch echt öfter so Schutzrituale. Stell dir vor, dass du in so einem goldenen, weißen Licht bist, dass du beschützt bist. Bitte deine Spirits darum, dass sie dir helfen, dass sie dich beschützen. Vielleicht kennst du auch deinen Schutzengel oder glaubst an Engel. Dann bitte die darum oder an was für Lebewesen oder Spirits du auch immer glaubst. Bitte ruf die rein und lass dir da helfen und arbeite auch vielleicht in solchen Zeiten oder auch generell, das kannst du natürlich jeden Tag machen, auch mit der Affirmation, ich bin beschützt und dass du dich auch dafür bedankst, dass das Universum dich beschützt und das wird dir auf jeden Fall helfen, um halt auch diese Basis zu schaffen, um dich selber sicher zu fühlen und gut zu fühlen und dir jetzt innerhalb dieser ganzen Veränderungen, die da passieren, dir wieder was Stabiles halt auch aufzubauen und vor allen Dingen halt es auch in die richtige Richtung zu lenken, weil der Wagen hat ja auch viel damit zu tun, kannst du deine beiden Seiten, also dein eigenes Yin und Yang, deine eigene weibliche und männliche Energie in gutem Maß lenken, sodass du Erfolge erziehst und Glück und Liebe in dein Leben ziehst und Harmonie und Frieden oder bist du halt selber dann so unsicher, dass es halt dann dazu führt, dass du den Wagen nicht richtig lenkst und das ist halt dieses mit der Basis und mit dem Vertrauen und halt auch dieses Vertrauenssachen, du bist beschützt und du wirst es alles schon schaffen, weil du halt die Weisheit und die Erfahrung auch dafür hast, also wende sie jetzt bitte auch an, damit Erfolg, Liebe, Glück, Frieden, Harmonie, was auch immer du dir wünschst, alles Gute in dein Leben kommen kann. Wow, dann hast du die Past-Life-Beziehung mit ihr habt euch schon früher gekannt. Also für manche von euch ist es wirklich, dass die Konjunktion, also das Zusammentreffen mit jemandem wirklich ist, den ihr aus einem früheren Leben kennt und das kann jetzt romantisch sein in vielen Fällen von euch, aber bei anderen ist es auch, dass es freundschaftlich oder jetzt in diesem Leben geschäftlich ist, ihr aber in dem früheren Leben mit denjenigen eine romantische Verbindung hattet. Es kann natürlich auch sein für manche von euch, dass ihr schon früher eine romantische Verbindung mit diesen Menschen hattet und jetzt in diesem Leben wieder eine romantische Verbindung habt und ihr entweder diesen Menschen schon kennt und er jetzt wieder in euer Leben kommt oder sie oder ihr jetzt auch diesen Menschen in diesem Leben neu kennenlernt und aber merkt, wenn ihr mit diesen Menschen seid, dass der euch total vertraut ist und ihr auch das Gefühl habt, ihr kennt den schon ganz lange und da ist jemand aus einem früheren Leben. Also manche von euch merken das auch bewusst, für andere ist es vielleicht eher unbewusst, da ist dann eher diese Vertrautheit und dass man sich so gut versteht, aber von anderen kann es auch wirklich sein, dass du dich daran sogar erinnerst, was das für ein früheres Leben war, woher du diesen Menschen kennst. Wow! Und du hast die Metamorphose nochmal mit dem Schmetterling. Du bist gerade wirklich da drin, zum Schmetterling zu werden und zu fliegen. Und das ist ja auch hier mit dem Wagen, sieht man es ja auch wunderbar. Du bist jetzt bereit, aufgrund deiner Erfahrung und deines Wissens, was du dir jetzt in der Vergangenheit angeeignet hast, es ist jetzt Zeit zu fliegen, es ist jetzt Zeit, der Schmetterling zu werden, also von der Raupe zum Schmetterling und diesen Prozess machen wir ja öfter im Leben durch, aber jetzt ist es bei dir Zeit, der Schmetterling zu sein und zu fliegen. Ja, und hier hast du jetzt nochmal Anna mit der Großmutter von Jesus. Es geht darum, dass du dein Licht siehst und dass du halt jetzt wirklich, wir haben es ja auch schon wieder, dass du ja eine solide Basis wirklich legst und deinem Seelenplan folgst. Also halt auch klar dem Divine Plan, also dem Plan des Universums folgst und da Vertrauen hast, dass du auf den richtigen Weg geführt wirst und da jetzt wirklich in die Liebe gehst, ins Licht gehst, Vertrauen hast, dass alles so wird, wie es sein soll und dass für dich wunderschöne Sachen in der Zukunft bereit liegen und dass du selber die Macht halt auch hast, das mitzugestalten, weil du die Weisheit hast, den Wagen richtig zu lenken und dir eine schöne Basis zu schaffen, egal ob das jetzt beruflich oder in einer Liebesbeziehung ist oder in Freundschaften ist oder mit deiner eigenen Selbstliebe. Da hat ja jeder jetzt gerade ein anderes Thema, wo irgendwie der Fokus vielleicht mehr drauf ist oder bei manchen sind es auch nochmal alle Themen, vielleicht auch einmal, aber es ist jetzt wirklich Zeit, du bist bereit, du darfst jetzt fliegen, du bist der Schmetterling, also los geht's. Schauen wir noch in das Tarot, was es noch für Botschaften für dich hat. Welche wertvollen Impulse haben wir noch für den Liebenstapel 3 und die wollten irgendwie, wir nehmen die beiden. So. Wow, du hast das Ast der Schwerter. Gut, das Ast der Schwerter ist genau das. Das Universum verändert jetzt gerade alles, die Umstände, Umstände so, dass du wirklich etwas Neues auf dich wartet und dass da Energien von früher abgelöst werden und du jetzt bereit bist eben für diese Konjunktion, für diese solide Basis, dafür, dass ein neuer Mensch oder neue Menschen in dein Leben treten, ein neuer Job, eine neue Wohnung, ein neues Zuhause, was auch immer. Wie jetzt es für dich gerade ist, es hat jetzt wirklich was mit auch Energieausgleich zu tun, dass Energien sich verändern, dass da Sachen abgelöst werden und dass du halt auch mit deinem alten Leben oder mit gewissen Menschen oder Situationen, mit einem Job, mit einer Wohnsituation, du hast jetzt einen Trennschnitt gemacht oder das Außen, also oder andere Menschen oder Situationen haben mit dir einen Trennschnitt gemacht, weil es Zeit ist, weiterzugehen und da wirklich aber auch keinerlei Karma mehr zu haben. Also es ist jetzt wie so ein klarer Energieschnitt und es ist egal, ob du an Karma glaubst oder auch nicht, dann können wir das auch Energie nennen. Die alten Energien wurden jetzt so klar durchschnitten, du hast da jetzt deine Erfahrung gemacht und das gehört jetzt nicht mehr dazu, also die Lernaufgabe ist beendet und jetzt darfst du etwas Neues lernen, jetzt darfst du in ein neues Leben gehen und das ist das Ast der Schwerter. Wow, und dann hast du, ja, nochmal die Sechste Kälte und das passt ja jetzt so super auch zu der Past-Life-Beziehung. Also, ich kriege jetzt zwei Sachen rein. Das eine ist, dass du jetzt den Trennschnitt mit alten Sachen machst, also alte Muster, Menschen aus der Vergangenheit und vielleicht auch eine berufliche Situation, da jetzt den Rücken kehrst und das sind aber jetzt Sachen, wo es Energien sind, die dir nicht mehr dienen, die dir nicht gut tun, die toxisch auch vielleicht geworden sind, wo du auch selber gemerkt hast, das ist alles irgendwie gar nicht das Richtige. Und damit darf dieser Trennschnitt passieren. Die andere Botschaft ist aber wieder auf diese Past-Life-Beziehung und auf diese Konjunktion, dass aber dafür vielleicht neue Menschen in dein Leben treten oder ein neuer Mensch, mit dem du eben ein Past-Life schon hattest, also ein Vergangenes, weil dafür steht es ja auch, es muss nicht immer nur die Vergangenheit Kindheit sein, sondern es können auch Past-Life sein, mit dem oder der du aber ein neues Kapitel aufmachst, weil es da was Neues zu lernen gibt. Aber diese Lernaufgaben, das sieht man halt jetzt hier auch in den Karten, hat überhaupt nichts mehr mit Toxischen zu tun oder mit Sachen, ja, die irgendwie schwierig sind, sondern da geht es jetzt wirklich darum, in das Licht zu gehen, in die Liebe zu gehen, im Lebensflow zu sein, zusammen Erfolge zu kreieren, zusammen Glück zu kreieren, zusammen Liebe zu kreieren, Wertschätzung, Selbstliebe, also für manche von euch ist das beruflich, für andere für euch das romantisch und für andere ist es freundschaftlich, aber es geht jetzt wirklich darum, um gute Erfahrungen zu machen und zu sehen, wie es sein kann, wenn Menschen miteinander super harmonieren und sich gegenseitig unterstützen und dazu führen, dass es eine Weiterentwicklung gibt und zwar mit schönen Dingen, mit Erfolg und mit Liebe und dieses Harte, was du davor alles erlebt hast, um ja geschliffen zu werden, damit du ein Diamant wirst, diese Phase ist jetzt erstmal vorbei und du kommst jetzt in deine Schmetterlingsphase. Lieber Stapel 3, ich freue mich so für dich und ich freue mich noch viel mehr, wenn du mir einen Kommentar runterschreibst, über dein Abo und dein Like natürlich auch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.